Düfte lösen Gefühle aus und lassen Erinnerungen wach werden. Schon ein flüchtiger Hauch kann uns in andere Welten entführen. Die Ausstellung Odor schickt die Sinne auf Reisen. Neun internationale Künstlerinnen und Künstler. Neun Räume. Neun beinahe und sichtbare Skulpturen. Geben Sie sich im Ferdinandeum Innsbruck der Macht der Gerüche hin. Atmen Sie ein faszinierendes Kunsterlebnis ein.